ok leute willkommen zu kindemharz und ja ich habe ja gesagt dass ich jetzt alle schatten holen werde aber kurz davor will ich euch was ankündigen nicht das mit den tränen das haben wir schon längst erledigt diesen traurigen let's play ja ich weiß mir dann legende ich weiß dankeschön denke ich also was euch alle ankündigen wollte ist nicht groß im schief egal nicht dass da die ja die holung die herausforderungen ich habe ja gesagt dass ich die herausforderung machen will aber leute das ist nicht mal als ich das gedacht habe ich glaube ich auch drogen oder so es geht einfach nicht es sind locker so viele aufgaben da würde das letzte locker über 100 parts oder mehr brauchen und ich habe nicht die zeit und die lust dazu das hier zu machen ich habe die haupte haupt story gemacht das ist jetzt einfach nur als nebenaufgaben zu machen also wenn man so leveln will und stärker sein will und bonus freischalten will alles mögliche und noch etwas ich werde die berichte ich werde eine seite finden wo man die ganzen berichte lesen kann und dann poste ich bin schick macht unten der beschreibung der verlinkung dahin und dann könnt ihr euch das ansehen die ganzen berichte ich habe ja schon die ganzen also normale mission ich meine die berichte und das tagebuch hier da hat man ja schon ich will es aber nicht jetzt vorlesen weil ich bin weil ich war sowieso schon langweilig genug deswegen das braucht das braucht man nicht normalen anzuhören das war sowieso kinderkacke und jetzt hole ich mir die ganzen schätze die ich in den einzelnen welten vergessen habe okay da habe ich da gab es keine nachher hatte wo kann man die sehen ich muss jetzt alle schätze holen wieder habe ich alles da habe ich auch alles ach ja die emblems hole ich nicht die auf die habe ich nicht so eine bock ich habe ja lust auf die schätze die da nichts vernichtet er konnte die neue welt ok mache ich dann soll jetzt alle schatz tun und das hier kann man ja überspringen das braucht man sich sich nicht anzusehen das auch so gut gemacht überspringen das braucht man sich echt nicht anzusehen da kommt die neue welt ist egal lenkt mich doch hier eben ein fitness geburten ich habe sogar da oben oder so jetzt darüber und wir haben die schatztruhe mit unheils mod ok abbrechen ja ok und hier habe ich so viele vergessen wie sie die feuerflachen ok nur zur vorständigkeit habe da hole ich jetzt alle schatztruhen ihr könnt das sind sowieso bonusparts jetzt die müsst ihr euch nicht angucken nur wenn ihr es wollt nur wenn ihr es wollt ich glaube ich weiß wo die schatztruhe ist die gegner das jahr war gekonnt aus die muss man sich nicht alle reinziehen die habe die hat man schon so die habe ich mir genug reingezogen nachdem ich das hier gemacht habe welche sowieso mit kohle dann sofort beginnt ja ich wusste dass es da oben ist ja ich wusste dass es da oben ist ja ich wusste dass es da oben ist wenn ich jetzt mal denken oh emblem sammeln habe ich nichts besser zu tun hätte fickt euch einfach da ist es nicht dann muss es dann weiß ich wo das ist wo ist die schatztruhe dann hier habe ich so eine schatztruhe vergessen bin da echt behindert im kopf das geht doch gar nicht und wie sie die deserteure geht klar warte wo waren die deserteure nochmals hier waren die also wenn ich darüber gehe bei erstmal die schatztruhe holen ihr müsst euch das nicht reinziehen das ist sowieso unnötig ja okay abbrechen ich mache das jetzt nur so um zu zeigen was in diesen einzelnen schatztruhen ist die die anderen missionen nehmen diese hausforderung mache ich niemals ich habe ob ich nichts besser zu tun hätte echt so habe ich nichts besser zu tun hätte wie viel schatztruhe habe ich vergessen 3 okay so muss man diese drei schatztruhen die ich angeblich vergessen habe suche ich hier da ist ein gegner bestimmt aber den will ich gerne töten ja der ist gestorben wo kann diese schatztruhen sein ich kenne ich suche erstmal überall rum also im bahnhofsplatz und so warte kommen jetzt diese gegnersorte nein okay diese parts werden richtig lange sein da ist nichts wie kann ich denn jetzt habe ich drei schatztruhen hier vergessen habe okay dann gehe ich mal in den tunnel rein dann starten wir von ganz oben mal hier runter da komme ich glaube ich woanders raus aber da bin ich jetzt noch nicht hin wie kann es sein dass ich drei schatztruhen hier vergessen habe wie kann es sein wie kann ich da noch nicht rein okay ich habe jetzt irgendwie auch keine lust diese schatztruhen diese sieben äh diese drei schatztruhen zu suchen weil ich weiß dass ich alle geholt habe da bin ich mal hundertprozentig sicher ich habe mir alle geholt das ist jetzt noch ein pack dieses spiels nur ja beobachte kleine kinder hier pito viele wo sollen diese verfickten schatztruhen sein hallo sag jetzt nicht hier ist ein ich bin doch echt ein vollidiot ich kann man echt in die tonne treten wenn ich so welchen schatztruhen vergessen habe die so offensichtlich rumliegen auch noch okay bestimmt habe ich auch solche offensichtlich den schatz zu vergessen ja ich bin echt ein dumm kopf okay komm und da ist wie kann es sein dass ich diese truhen vergessen habe habe ich nicht danach gesucht oder so ich glaube eher nicht okay abbrechen okay und zertrennlich ich habe ja alles oder ja außer dass das andere ja ob ich die lust dazu habe okay wie sie auch bald damit fertig dann ach da fehlt mir ein emblem egal ich konzentriere mich eher die schatztruhen zu suchen besiege die luchtmeister besiege die oh nee nee niemals ich hoffe die schatztruhe ist in der nähe ich weiß wo zwei orte sind wo ich davon nicht hingehen konnte das wären die einzigen orte die ich jetzt gehen werde ich gehe nicht zum boss dieses weite gebiet das habe ich alles untersucht da weiß ich da ist die truhe nicht da war sie nicht ich gehe niemals dahin okay da ist die zum glück das war ein emblem cool warum nicht abbrechen ja juhu und das hier besiege die luftmeister okay beim weiten gebiet war nichts das weiß ich das habe ich schon selbst nachgeguckt muss es hier eine sein die meisten schatten habe ich sowieso nicht bekommen weil ich ja nicht fliegen konnte aber jetzt kann ich ja fliegen juhu ja da ist sie ja sage ich ja rucksack abbrechen rucksack ist damit dass wir mehr items tragen können wir haben diese rucksack zusatz tasche oder so da kann man die alle rein tun okay ich gehe okay da habe ich auch alles außer einem emblem man sieht ja ich habe fast alles komplett hier gemacht wenn man so sieht hallo ich habe die hälfte schon fertig geht doch wir werden das vielleicht in einen partner schaffen ich klar dafür mit zwei der lag ist nicht daran dass ich nicht doch 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 jetzt weiß ich wieder okay ich kann nicht dadurch kann ich dadurch dann muss ich dadurch warte mal ich habe eine komische vorhanden dass ich solche offensichtlichen schatz tun hier wieder vergessen habe okay und rein damit da war bestimmt ein gegner drin oder da war bestimmt ein gegner drin oder da war ich doch was fäng dich fäng dich ich frage mich echt wie man da hoch kommen soll die ja ist ja schön dass da sowas ist ich will aber gerne wissen wie man da hochkommt warten ich habe deine idee ich habe eine idee wie man das gleiche bekommen kann muss sie was in die tafel dann was machen hast du welchen tag war ich egal ja alles komplett voll okay ich muss irgendeinen magies dinge haben zum springen oder so dass mich in der sportsfreund erhöht habe ich die sportsfreund hier ich brauche trüppel wieso nicht ich mich gerade verarschen oder was ist los ach so ich muss jetzt beim mokri das kaufen mokri komm mal her wir haben ein problem ja ganz besondere dinge für mich kleiner perverser bastard ja ist schön hat er kein sportsfreund springen oder was ist los ok dann kaufen feld vollgeber so viel egal ich habe das geld dankeschön ich habe jetzt sportsfreund ellenor gut perfekt jetzt kann ich die ganzen holen übertreib da hinten ok wir sehen uns klatschen